Guten Morgen Südhessen. Der Pegelstand in Worms ist bei 24 Zentimeter mit der Tendenz steigend. In der Nacht hat es etwas geregnet. Ja, ist mir schon gar nicht mehr gewöhnt, nasse Straßen zu sehen. Jetzt scheint wieder die Sonne und es soll bis 16 Grad heute warm werden. Wenn ich nicht das verfärbte Laub sehen würde, würde ich sagen, heute haben wir einen schönen Frühlingstag. Noch eine Information an alle Schatzsucher. Der Nebellungenschatz wurde bislang immer noch nicht gefunden, also es gibt noch viel zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020